Wenn man dann hier hinten drückt... Ja, heute ist ein neues Lego-Set, sag ich mal, am Start. Und ich hab mir gedacht, ich hab gedacht, ich hör mit dem Format vielleicht auf, aber jetzt, da das neue Lego-Set hier ist, hab ich mir gedacht, ich hab grad eh keine Idee für irgendein Video, hab ich mir einfach gedacht, dass ich das benutze für das nächste Video. Das Video wird es allerdings nicht ganz so lang wie das letzte, weil ihr seht, das Set ist ziemlich klein, dafür, dass es irgendwie 20 Euro kostet. Und das finde ich ein bisschen teuer. Auf jeden Fall haben wir hier das Set mit diesem... Also so sieht's auf der Vorderseite aus. Und ja, dann fangen wir mal mit den Figuren an. Hier haben wir den hier, der war auch im letzten Set dabei. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Moment, der ist da grad unscharf. Ja, ungefähr so. Und dann ist noch so eine dabei, Moment. Die hier aufpasst, dass Dinos nicht abhauen. Oder halt die, die die Dinos in Schach hält. Und ja, das war's jetzt mal zu den Figuren. Sind zwei, ist eigentlich okay. Weil zwei Figuren gehen noch... Weil wenn's eine wär, dann wär's schon ein bisschen komisch, aber zwei gehen noch. Ich würd sagen, wir machen dann weiter mit den Dinosaurier. Hier haben wir den Dinosaurier, also... Naja... Er ist schon cool. Ist wieder sehr groß gemacht. Hier haben wir noch... Der kann seinen Maul aufmachen. Und hier die Flügel auch bewegen. Ja... Die Flügel können echt weit hoch und echt weit runter. Ja... Keine Ahnung. Hier hinten kann er natürlich noch was nehmen. Ich hab hier leider grad nix da, was da so hinkommt. Vielleicht irgendwie das hier. Sowas passt da rein. Oder so. Ähm... Ja... Ja, das Problem ist, es gibt ja auch diese... Vielleicht kennt ihr Playmobil. Vielleicht schon. Da gibt's auch solche Art Drachen. Die haben dann hier so halt hier diese Ärmchen da. Die sind bei denen so, ähm... Die haben dann noch so ein extra sowas, damit sie was halten können. Halt was der hier hinten hat, haben die da hier bei den Händen. Ja, das bin ich... Da hätte man vielleicht noch sowas hinmachen können, weil das wär dann auch ein bisschen cooler gewesen. Dann könnte man vielleicht besser so Menschen greifen oder so. Oder der Dino halt. Ja, das war's jetzt eigentlich grob so zum Dino. Ja... Okay, ich würd sagen, wir machen dann weiter mit dem großen Gefährt. Hier haben wir das große Gefährt. Und wie ihr seht... Es ist... Es hat genau so... Also es hat jetzt nicht mehr ganz so wie beim letzten Set Abstand. Oh man, diese Schärfe. Moment. So, es hat hier schon ein bisschen so Abstand. Hier aber nicht ganz so viel wie beim letzten Set. Weil wenn man sich das andere Set nochmal anguckt... Moment, ich hol's mal schnell. Hab ich's. Weil wenn man hier den Abstand anguckt, der ist so hart. Bei dem... So ist der vom anderen. Und so ist der von dem. Also nicht mehr ganz so groß. Oh, da ist die Tür abgefallen. Ist gleich wieder dran. Hä? Warte. Achtung. Gut. Ja. Hm. Das Gerät kann noch was. Ich weiß zwar nicht ganz viel, was es kann. Weil es hat mein Bruder aufgebaut. Und wir... Ja. Ja, hat hier halt Kennzeichen und... Und ich hab das Set jetzt auch erst vor kurzem dann wieder gesehen. Das hier kann man hier reintun. Aber wisst ihr, was dann passiert? Moment. Dann, wenn man dann hier hinten drückt, dann fliegt es nur so weit. Wieso? Was ist das? Das ist echt komisch. Weil auf dem Bild sieht das so aus, gell? Das fliegt niemals so weit. Dieses... Dieses Seil. Ja, das ist... Das ist das Problem. Ja. Dann... Hm. Also... Das war's eigentlich grob zu dem Set. Hier nochmal. Alle. Also wir haben hier den Dilo. Den Flugsaurier. Ähm. Dann haben wir hier die beiden Figuren. Ähm. Und ja, den Wagen da hinten. Der mit dem gefakten Netz-Shooter. Oder wie man das nennt. Ja. Ich glaub, das war's jetzt eigentlich so grob zu dem Set. Ähm. Kann auch hier hinten diese Tür aufmachen, hab ich gerade bemerkt. So eine Randbemerkung. Ich mach sie mal auf. Ich hab sie selber auch noch gar nicht aufgemacht. Hallo. Tür. Da ja, da ist ein Ei drin. Ach, das ist das Ei. Ich hab mich vorhin schon gefragt, wo das Ei hier ist, was er da in der Hand hält. Aber das ist hier. Das ist gut zu wissen. Ja, das war's dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.